Hallo und herzlich willkommen bei Ski Amadei Newssticker. Unter dem Motto Österreichs größtes Skivergnügen präsentiert bestes österreichisches Weinvergnügen starten Ski Amadei und das Österreich Weinmarketing in dieser Wintersaison zum dritten Mal die Initiative Ski und Weingenuss mit dem Ziel die Genusskultur am Berg zu fördern. Ambitionierte Hüttenwirte, die sich zur qualitätsvollen Weinkultur bekennen und somit ein vielfältiges und hochwertiges Angebot an österreichischen Beinen haben, werden ausgezeichnet und für den Gast gekennzeichnet. Die Betriebe durchlaufen einen Zertifizierungsprozess, der strengen Kriterien unterliegt. Durch fachkundige Prüfer des ÖWM werden sie mit der Plakette Genusspartner gekennzeichnet. Die Skihütten in Ski Amadei sind bei den Gästen für die gute Qualität und die gemütliche Atmosphäre bekannt. Um die Genusskomponenten beim Skifahren noch weiter zu unterstreichen, will Ski Amadei die Weinkultur auf den Skihütten vorziehen. Die Gäste können sich in den zertifizierten Skihütten ihren edlen Tropfen aus einer großen Angebotsvielfalt österreichischer Weine aussuchen. Egal ob zur Speisebegleitung, zum Relaxen auf der Sonnenterrasse oder einfach nur, um ein gutes Glas Wein zu genießen. Mit dieser Initiative wird dem Genuss Skifahrer eine passende Abrundung seines Skitags geboten. Und das zum fairen Preis. Der Höhepunkt der Initiative wird die Ski- und Weingenusswoche sein. Sie findet vom 17. bis 24. März 2012 statt. Während dieser Woche bieten die teilnehmenden Skihütten den Gast erweiterte spezielle Angebote rund um das Thema Ski- und Weingenuss. Die Gäste können sich auf Weinverkostungen und Thementage sowie Winzerpräsentationen und musikalischer Umrahmung freuen. Neben Veranstaltungen auf den Skihütten werden in ausgewählten Hotels der Region in dieser Zeit besondere Genusspackages rund um das Thema österreichische Weinkultur angeboten. Alle Informationen zu Ski- und Weingenuss finden Sie unter skiamat.com-wein.